Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fünftes Gebet. Christi, Barmherzigkeit gegen reumütige Sünder. O Jesus, durch Spiegel der ewigen Klarheit. Gedanke jener Betrübnis, die dein Herz bedrängte, als du in dem Lichter deiner allsehenden Weisheit zwar die selige Zukunft der Auserwählten sahest, welche durch dich die Verdienste deines Leidens ihr Heil finden, aber auch die Verwerfung so vieler Gottlosen, die durch eigene Schuld in das ewige Verderben stürzen werden, durch die unergründliche Tiefe deiner Erbarmung, in welche du mit uns Sündern und Irrenden so schmerzliches Mitleiden empfunden, und die du dem Räuber neben dir erwiesen hast, als du zu ihm sprachest. Heute wirst du bei mir im Paradies sein. Bitte ich dich, du wollest auch mir in der Stunde des Todes Barmherzigkeit erzeigen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gewenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt. Nun im Himmel herrschend, erbarme dich unser. Und er war mir, der Jungfrau, 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 der Jungfrau,